Moin Freunde, mein Name ist der Heusterbauer und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht um den Ausbau der Jägerhütte. Wie man hier sehen kann, zerschneiden wir auf diesem Videoclip eine Palette. Unser Plan ist es, ein Sofa daraus zu bauen. Ursprünglich der Plan drei Paletten. Zur Stabilisierung haben wir eine Holzlatte an die Palette herangeschraubt. Und mit einer anderen Palette verbunden. Erst hatten wir vor, eine komplette Wand zu bauen, sozusagen einen zweiten Raum. Gott sei Dank haben wir das nicht verwirklicht. Hier sieht man noch einmal, wie die Palette an der Wand befestigt ist. So breit soll das Ganze später einmal werden. Die Platte auflegen, eine alte Tisch-Eichenholzplatte. Und absägen. Das dauert etwas, deswegen ein kleiner Cut. Wegen des hohen Infektionsgeschehens tragen wir alle beide FFP2-Masken. Hier beim Sägen habe ich die Maske unten, um den Staub von der Platte wegblasen zu können. Passt perfekt. Die hintere Platte noch anpassen. Und tada, fertig ist das, in Anführungsstrichen, Wohnzimmer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zunächst wieder mit dem Projekt Bau eines Fahrradwohnwagens. Euer Häuslebauer und Freund